Wenn Sie erwartet haben, dass 2023 besser wird, dann müssen wir Sie enttäuschen. Das ist eine Frechheit. Grundsätzlich ist es natürlich schon ein bisschen... Schade, wenn man es mit dem Tod das letzte Mal in die Schlagzeilen schafft. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, falls Theologinnen oder Theologen mithören. In Österreich erst eine gewisse Wissenschaftsskepsis. Thomas, du weißt vermutlich, worauf ich hinaus will. Wie meistens nein, aber nur einmal. Seas Thomas. Ein herzliches Seas aus der Stadt Wien. Und Seas natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Personen. Wenn Sie erwartet haben, dass 2023 besser wird, dann müssen wir Sie enttäuschen. Auch in diesem Jahr gibt es schon wieder ein ganzes Pündel furchtbarer Nachrichten, die wir für Sie parat haben. Damit es neben den Bad News aber nicht auch noch Bad Jokes gibt, dafür sorgen wir in dieser Sendung, in diesem Podcast, Maurer und Schick. Mein Gegenüber ist wieder in Top-Form für Sie da. Thomas Maurer. Was soll ich sagen über mein Lieblingskabarettist in diesem Land? Und unser Freibrief für Satire in dieser Sendung, muss man auch dazu erwähnen. Freibrief? Hast du es schriftlich? Ich hoffe auf Pergament in karolingischer Minuskel, Wachs gesiedelt. Ja, definitiv. Also Wachs gesiedelt, Pergament, alles da, was man so braucht für einen Freibrief. Mein Name ist Thomas Schick, bin Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und als solcher natürlich dem Objektivitätsgebot gebunden, was ich natürlich auch gerne mache. Und Sie haben es vielleicht schon so subtil rausgehört, wie ich zum ersten Thema hinführen wollte. Thomas, du weißt vermutlich, worauf ich hinaus will. Wie meistens? Nein, aber nur einmal. Gut, es gibt nämlich eine bemerkenswerte Entscheidung der Medienbehörde ComAustria, die in den letzten Tagen durch die Schlagzeilen ging. Da wurde nämlich entschieden, dass Servus TV mit der Sendung der Wegscheider in fünf Fällen gegen das Objektivitätsgebot des audiovisuellen Mediendienstegesetzes verstoßen hat. Zum Beispiel behauptete der Intendant von Servus TV, Ferdinand Wegscheider, fälschlicherweise, dass man keine Ahnung habe, ob die Covid-Impfung wirke. Oder er behauptete zum Beispiel auch, dass das Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin auch erfolgreich gegen Covid-19 Anwendung finde. Die Entscheidung ist jetzt übrigens noch nicht rechtskräftig, aber wenn das der Fall ist, dann wird man auch in den drei aufeinanderfolgenden Sendungen einen entsprechenden Hinweis einblenden und verlesen müssen. Das ist eine bemerkenswerte Entscheidung, finde ich. Doch, tendenziell. Ich meine, es gab ja quasi eine Vorentscheidung in der Richtung, als der HC Strache noch, ich glaube, er hat von irgendeiner grünen Politikerin ein Foto montiert und ihr eine Aussage unterschoben, die halt definitiv nicht von ihr war. Und hat dann darunter geschrieben, später, glaube ich, Satire dazu geschrieben. Und da wurde auch schon erkannt, dass nur, wenn man sagt, es ist Satire, es noch keine ist. Also handwerklich, ästhetisch schaut es noch einmal anders aus, dass das, was der Herr Wegscheider macht, unter professionellen Gesichtspunkten jetzt keine Satire ist, weil da irgendwie auch ein humoristischer Funke doch zumindest begleitend auftreten müsste oder ein bisschen handwerkliches Verständnis für satirische Aufbereitung von Texten. Und das war vorher schon klar, dass das Verbreiten von ungefilterten Blödsinn nicht dadurch geschützt ist, was man sagt, Satire, halte ich für eine zwar naheliegende Erkenntnis, aber eine, wo es doch gut ist, wenn das vielleicht einmal irgendwo betoniert wird. Habt ihr da als Kabarettisten eigentlich Gehör gehabt in diesem Verfahren und gesagt, na bitte, der Wegscheider bei uns soll er nicht sein? Ah, mir hat niemand angerufen. Ich müsste einen Rundruf unter die Kollegen starten. Aber ich glaube, es ist jetzt eher gar nicht darum gegangen, ob der Herr Wegscheider von irgendeiner Talenteagentur außerhalb des Red Bull Medienhauses als Satiriker ins Portfolio aufgenommen werden würde, sondern eben eher darum, dass da halt einfach irgendwelche Querdenker-Stehsatzweisheiten ausposaunt wurden und man halt gedacht hat, mit so einem Gesicht kennzeichnet man das als Satire. Und das scheint nicht gelungen zu sein. Jetzt, wenn uns alle Leute wutende E-Mails schreiben, weil du gesagt hast, so als Gesicht in einem Podcast. Aber falls Sie es noch nicht gesehen haben, die Sendung der Wegscheider, es entgeht Ihnen nichts und einfach nur einmal drüber grinsen, wenn man Fake News verbreitet, ist offenbar jetzt doch nicht ausreichend, um als Satire zu gelten in diesem Land. Ja, also ich kann nur sagen, ich habe mir es natürlich aus professionellem Interesse ein paar Mal gestartet. Ich bin aber, glaube ich, nie durch eine ganze Sendung gekommen, weil mir vorher der Geduldsfaden gerissen ist. Und ich glaube, ein oder zweimal habe ich auch daneben was gegessen und das ist nicht gegangen. Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Kommen wir zu Zahlungen, die definitiv günstiger werden. Die kommunistisch-sozialistisch-grüne Stadtregierung und der Bürgermeisterin LKK in Graz hat auch Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Und zwar einer dieser Vorsätze heißt Verkehrswende. Beim Parken können künftig Besitzern von Brummen ordentlich mehr und intensiver zur Kasse gebeten werden. Nach deutschem Vorbild überlegt man sich nämlich, den Lenkern von schweren und überlangen Pkw beim Parken auf der Straße künftig einfach eine teurere Parkgenehmigung, also ein teureres Parkticket, eine Parkgenehmigung zu verrechnen. Ist ein interessanter Ansatz oder würde ich das auch treffen mit deinem, vermutlich, Bentley oder was du so fährst? Nein, der Bentley ist im Service, weil der Aschenbecher voll war. Nein, also ich habe derzeit, ich wollte eigentlich dazwischen kein Auto, dann habe ich aber jetzt von meinem Vater eines geerbt und das wäre ich aus Sentimentalität auftragen. Das wäre allerdings dann tatsächlich ein Skoda Kombi, also ein verhältnismäßig langes Auto. Grundsätzlich, die Intention dahinter erscheint mir nicht unvernünftig, ob es die Länge jetzt ist, wo du dann eben fast automatisch irgendwelche Familienkutschen älteren Baujahrs wie meine mit erwischt, ist die Frage, ob Hubraum eine Idee wäre. Ich bin ja, was eine verwandte Idee ist, die Schweizer zum Beispiel machen ja Verkehrsstrafen auch vom Einkommen abhängig. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Das heißt, wenn sowas, dann würde man es vielleicht gescheiter an den Hubraum koppeln. Also da erwischt du dann zwar vielleicht ein paar Smartfahrer, die sich eine 4-Liter-Maschine einfahren haben lassen, um auf der Autobahn Porsches zu überraschen. Aber ich glaube, das wäre vernachlässigenswert. Jetzt rein die Länge, glaube ich, macht es nicht. Also ich glaube, die Idee dahinter ist alles, was uns unsympathisch erscheint, soll mehr zahlen, wo ich emotional folgen kann. Aber ich weiß nicht, ob das einfach umzusetzen ist. Nächste Woche wird das sanierte Parlament eröffnet und da gibt es ja schon ganz viele spannende Fragen. Etwa jene, welches das erste Stück sein wird, das Wolfgang Sobotka auf dem vergoldeten Bösendorfer Flügel spielen wird. Aber es gibt ja auch eine andere inhaltliche Frage, die derzeit das österreichische Parlament beschäftigt. Und zwar, was wird der nächste U-Ausschuss sein? Im Parlament ist man da seit einigen Jahren in quasi einem Daueraufgeregtheitsmodus seit dem Ibiza-U-Ausschuss. Aktuell klingt gerade der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ab. Und da überlegt man eben schon, was wird man als nächstes untersuchen? Die Abhängigkeit vom russischen Gas, das Corona-Management samt den Überförderungen einzelner Wirtschaftszweige. Hast du da auch gewisse Wünsche an Wolfgang Sobotka, was man untersuchen könnte? Ja, zum einen möchte ich mich an dieser Stelle wirklich beim ersten Nationalratspräsidenten bedanken, dass der Flügel nur mit Gold verziert ist und nicht mit türkisem Japanlack. Und dann ist es doch vielleicht auch für spätere Administrationen neutraler nutzbar. Ja, ich meine, es gibt natürlich einiges, was zu fragen ist. Also was jetzt speziell die Abhängigkeit vom russischen Gas angeht, da gab es ja das auch geleakte Chat-SMS, glaube ich, vom Rainer Seele an den Sebastian Kurz. Und wer war noch dabei? Wirtschaftsminister. Und Rene Penko, ich glaube, man fahre zum großen Bus. Rene Penko, genau. Wir fahren zum großen Chef. Also wirklich aufgeregt, so wie bei meinen Kindern, wir fahren nach Disneyland. Stellt euch vor, ihr könnt den Goofy persönlich kennenlernen. Und da ist man halt mit großer Ausgelassenheit damals zum großen Chef gefahren. Vladimir Putin, sollten wir für all jene, die zu sagen, die... Ja, ja, natürlich. Wir sonst natürlich auch. Die selber einen Chef haben und da jetzt vielleicht in Verwirrung geraten sind. Ja, und natürlich, dass der Herr Seele die ÖMV-Strategie da wirklich radikal drauf ausgelegt hat, auf eine Quelle. Da kann man vielleicht tatsächlich ein bisschen nachbohlen, warum genau das so war, was er sich gedacht hat, ob er sich was davon versprochen hat, ob etwas von dem, was er sich davon versprochen hat, auch eingetreten ist. Also da gab es schon sicher ein bisschen was zu erforschen, was den oder die eine oder andere vielleicht interessiert, ja. Es gab ja auch den sehr interessanten Umstand, dass die ÖMV in Russland ins Fußballsponsoring eingestiegen ist, ausgerechneterweise bei Wladimir Putins Lieblingsklub. Also es wäre natürlich auch eine interessante Frage, welche Markteaktivität da dahinter gelegt worden ist hinter diesem Sponsoring. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt zum Beispiel den Geschäftstätigkeiten unmittelbar im Absatzmarkt Russland gedient hat, aber es hat sicher für gute Stimmung beim großen Chef gesorgt. So viel kann man, glaube ich, auch ohne U-Ausschuss sagen. Na, das Jahr fängt ja gut an. Thomas, wollen wir was aus unserem persönlichen Leben kurz in diesem Podcast einbringen? Um Gottes Himmels Willen. Na gut, der Zuschauer hat ein Anrecht, der Zuhörer sogar. Genau. Wir beide haben nicht nur so sexy, tiefe Stimmen, sondern wir laborieren beide gerade noch ein wenig an unseren ausklingenden Erkältungen beziehungsweise grippalen Infekten. Und da kommt eine Meldung aus der MedUni Innsbruck daher, die eigentlich entsetzend ist oder zu entsetzen verleitet. Da wurde nämlich herausgefunden, dass es keinen Männerschnupfen gibt. Das ist eine Frechheit. Ja. Ja, das habe ich, also ich versuche die Nachrichten einigermaßen abgeklärt zu konsumieren und mich nicht in einem Zustand permanenter Erregung zu befinden, wenn ich über die Zustände der Welt erfahre. Aber das habe ich doch als persönlichen Angriff auf mich selbst genommen. Ich bin, sonst, ich bin ein harter Hund, ja, also Ziegelsteine an den Kopf, Schusswunden, das stecke ich alles weg. Aber ein grippaler Infekt mit diesen wirklich Gliederschmerzen und diesem Ganzkörperweh, möchte ich sagen. Also, Wilhelm Busch hat einmal das H-W nach dem Kater erfunden. Es ist tatsächlich das Porn-W wahrscheinlich. Das ist eine unerhörte Heimsuchung und ganz augenscheinlich, zumindest nach meinen privaten statistischen Erhebungen, leiden Frauen darunter nicht annähernd so. Und bevor das nicht wirklich noch einmal in einem gigantischen Umfang mit Millionen Tests teilnehmen unter exakter Berücksichtigung von ansonstenem Gesundheitszustand, Einkommen, Bildungsschicht und so weiter. Also, ich weigere mich, ich bin sonst kein Wissenschaftsskeptiker, aber ich weigere mich, diese Studie in dieser Form zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube, da braucht es wirklich mehr Forschung. Praktischerweise gibt es auch zu deinem letzten Satz eine aktuelle Studie, die hat nämlich Unterrichts- und Wissenschaftsminister Martin Polaschek veröffentlicht. Da wurde klar gesagt, in Österreich erst eine gewisse Wissenschaftsskepsis. Es führt einfach eins zum anderen, oder? Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das bereits auf die Betreiber dieser Studie niedergeschlagen hat. Grundsätzlich ist es natürlich schon ein bisschen traditionelles Volksgut, dass man sich tendenziell von irgendwelchen Dioptrien-Heinzes, die was in ihrem Leben noch nie einen Schalenstein in der Hand gehabt haben, geschweige denn ein Getrebe ausbaut, irgendwas sagen lässt. Also, ich glaube, diese Grundtendenz gehört ein bisschen zu Österreich, wie Servus TV und Andreas Kavalier. Zum Abschluss müssen wir noch eine fachliche Korrektur anbringen. In einer der vergangenen Folgen meintest du ja, ja, das ist wirklich schade, wenn man es mit dem Tod das letzte Mal in die Schlagzeilen schafft. Da ging es um Karl Merkertz, das Ableben des berühmten österreichischen Volksschaftsspielers. Knapp vor dem Jahreswechsel ist jetzt der emeritierte Papst Benedikt XVI. gestorben. Der könnte es jetzt aber noch einige Jahre in die Schlagzeilen schaffen. Es könnte nämlich möglich sein, dass er in einem Heilverfahren erst selig und dann sogar heilig gesprochen wird. Du siehst also, Thomas, man muss auch im neuen Jahr die alten Schlagzeilen, die alten Aussagen noch einmal überdenken. Auch ein Twitter kann noch einmal wirklich es ganz häufig in den Medien schaffen, wenn es so kommt, wie es kommen könnte. Ich habe zum Beispiel den Kaiser Karl nicht präsent gehabt, der ja unter anderem meines Wissens eine Nonne von ihren Hämorrhoiden geheilt hat. Das waren Krampfadern, da muss man auch richtig bleiben. Aber Hämorrhoiden sind auch Krampfadern, Verzeihung. Aber ja, ich weiß schon, das ist mir so. Ich habe es falsch im Gedächtnis gehabt. Ich habe es nicht, um eine Sotisse zu äußern, gesagt. Ja, aber Krampfadern auch grundsätzlich Schirch. Ja, ich bin ein bisschen zu wenig bewandert jetzt tatsächlich, obwohl mich das immer ein bisschen interessiert hat, in den vatikanischen Prozessabläufen. Also beim Kaiser Karl weiß ich noch, dass da erst eine Gebetsliga war, die so lange gebetet hat, bis dann er ein Wunder gewirkt hat. Und das muss man dann einreichen und das muss dann zertifiziert werden. Und dann beginnt das Seligsprechungs-Unterausschuss zusammenzutreten, so irgendwie. Wie das Eilverfahren ausschaut, weiß ich nicht. Das würde mich aber wirklich interessieren. Also das ist ein bisschen ein Hobby von mir. Ich bin auch zum Beispiel, vielleicht kriegen wir das als Feedback sogar, falls Theologinnen oder Theologen mithören. Ich bin seit Jahren, interessiert mich. Also vor einigen Jahren hat der Vatikan offiziell den Limbus Infantum oder Infantinum, bin ich mir jetzt nicht sicher, abgeschafft. Das heißt, wo die ungetauften Kinder hinkommen und ich glaube auch die Heiden, die sozusagen Jesu Christi in der Geburt nicht mehr erlebt haben und deswegen gar keine Chance gehabt haben, zum Warnglauben zu finden. Und der ist angeschafft worden, angeblich, weil der Konkurrenzdruck, vor allem in Afrika und Lateinamerika, durch Religionen, wo das nicht so ist und Kinder einfach in den Himmel kommen, zu groß geworden ist. Und jetzt ist aber die Frage, was passiert mit denen, die bisher im Limbus Infantum waren? Werden die kommen ins Paradies oder wird das, kriegen die eine offizielle Entschuldigung oder waren die gar nie dort? Also da würde mich die orthodoxe katholische Auslegung wirklich, ich versuche jetzt gar nicht so ins Lächerliche zu ziehen, also mir würde das interessieren, was ist mit denen, die dort vorher waren? Aber wir schweifen ab. Ansonsten wünsche ich natürlich dem Benedikt, also ich glaube, der hat Wunder gewirkt bei der Aufarbeitung von gewissen Missbrauchsvorfällen in der katholischen Kirche, in dem Sinn, dass die sehr lang nicht publik geworden sind. Ob das bereits reicht, um sich als Heiliger zu qualifizieren, werden wir sehen. Ist nicht meine Entscheidung, ist die des Vatikans. Kommen wir zum nächsten großen Medienbetrieb, der jetzt einen Rückschlag einstecken hat müssen. Und zwar gibt es eine Entscheidung des Europäischen Datenschutzausschusses. Der hat nämlich entschieden, dass Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, in der EU keine personenbezogenen Daten mehr für Werbung verwenden darf. Es gibt auch eine Strafe gegen diese Organisation. Insgesamt wird man da von Seiten des Meta 390 Millionen Euro Strafe zahlen müssen. Formal muss das der irische Ableger von Meta machen. Bereichert das jetzt vielleicht schon unmittelbar dein Leben, dass du merkst, ja, schaut, jetzt kriege ich keine Werbungen mehr eingespielt, jetzt bekomme ich gleich wieder echte Menschen eingespielt in meinen Facebook- und Instagram-Streams? Naja, so schnell, dass da gleich echte Menschen eingespielt werden, wird es schon nicht gehen. Aber man muss sagen, das ist ja auf Initiative von Max Schrems basiert, einem österreichischen IT-Einzelkämpfer, wo ich ja finde, das wäre einfach ein besserer Grund für ein bisschen patriotischen Stolz, als wenn wieder irgendeiner von den Unseren ein bisschen schneller Skifahrt, wie wer anderer. Also der Herr Schrems ist da ja in den letzten Jahren wirklich mit einer kreuzritterhaften Entschlossenheit gegen diese Multimedia, neue Medienmonstrositäten ins Feld gezogen. Und das heißt, die Strafe selbst, also auch für Meta ist es jetzt kein kompletter Pappenstil, aber immer noch billiger wie das depperte, wie heißt das, Multiverse oder Metaverse, wo man mit Avataren, die ausschauen wie Video-Game-Charaktere der frühen Nullerjahre, mit anderen interagieren kann. Also das scheint eine noch größere Geldverbrennungsquelle derzeit für Meta zu sein. Aber was es ausmacht, ist, dass natürlich, wenn in Zukunft du tatsächlich explizit zustimmen musst, ich will, dass meine Daten an irgendwelche Datenhändler verkauft werden, damit ich Zielgruppen auf mich zugeschnittene Werbung bekomme, dann werden das vielleicht weniger Menschen machen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es welche gibt, die das wollen, aber ich glaube, die Regel ist es nicht. Und das wird natürlich das Marktkonzept von Facebook ordentlich durcheinander wühlen. Und nachdem Facebook ein Konzern ist, der unter anderem ein paar Bürgerkriege auf dem Konto hat, unter anderem in Myanmar, wo man einfach, weil das so viele schöne Klicks ergeben hat, ohne irgendeine Reaktion gewartet hat, bis dann Blut und Bomben umeinander geflogen sind, wo sie persönlich sagen, es ist ein bisschen vergummt. Und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo Menschen miteinander in Kontakt geblieben sind, bevor es Facebook gegeben hat. Vielleicht wird es etwas Ähnliches geben, man wird ja auch sehen, was mittelfristig aus Twitter wird. Aber dass da diese unausweichlich gewirkt habende Dominanz von ein paar globalen Riesenkolossen eventuell zumindest in die Schranken gewiesen wird, ist heute grundsätzlich für eine sehr gute Entwicklung. Ja, wenn es dem soweit ist, wir werden den Fall sicherlich noch einmal ausführlicher besprechen. Einstweilen sollte es schon rasch eine Schlagzeile dazu geben, können Sie sich natürlich auf www.kleinezeitung.at informieren. Und falls das einer von unseren verblusten Artikeln hinter der Paywall ist, es gibt den Gutscheincode Maurer unter den Shownotes in diesem Podcast, können Sie sich natürlich einloggen und vier Wochen lang das Gratis-Angebot der kleinen Zeitung testen. Uns bleibt jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir lassen uns wieder von dritter Seite verabschieden. Tschüss und schleicht's euch!